Herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Power mit Beatrice. Ich zeige Ihnen zusammen mit Stefan Dobler drei einfache Rückenübungen. Nehmen Sie sich drei Minuten Zeit für Ihre Gesundheit. Wir färmen zuerst den Rückenstrecker auf, dann trainieren wir den unteren Rücken und den oberen Rücken. Stefan färbt den ganzen Rücken auf. Er nimmt die Hände hinten an den Kopf, die Schulterblätter sind unten. Der Bauchmuskul ist drinnen, die Schulterblätter ziehen zum Gesäss. Stefan bügt sich von den Talien parallel zum Boden. Er ausatmen, sehr schön, die Beine sind ganz gestreckt und gerade und kommt ganz langsam wieder hoch. Tipptopp. Nach einer Minute wird die Übung schwieriger. Jetzt ist der Oberkörper parallel zum Boden. Jetzt gehst du in die Knie von hier. Genau, das Gesäss geht zum Boden. Stopp. Perfekt. Genau. Und ganz langsam wieder hoch. Was besonders wichtig bei dieser Übung ist, das Gewicht ist auf dem Fersen. Die Zechen kommen leicht nach oben und das Kniegelenk kommt nie vor dem Fussspitz. Diese Übung macht ihr 20 Mal. Dann macht ihr eine Pause und dann noch zwei Serien. Bei der zweiten Übung trainieren wir den unteren Rücken. Stefan steht hüftbereit. Das Gewicht ist auf den Fersen. Die Schulterblätter sind fixiert. Der Bauchmuskel ist drinnen. Er bügt sich im Kniegelenk 45 bis 60 Grad Winkel. Mit dem Oberkörper kommt er vorne. Die Handeln sind in der Handinnenfläche. Er zieht es ganz nahe an die Talien. Sehr schön. Und er kommt wieder vorne mit den Armen und tut den Ausatmen. Das spürt er ganz intensiv im unteren Rücken. Stefan macht 25 Wiederholungen. Dann macht er eine Pause und dann nochmals eine Serie. Stefan liegt auf der Matte. Jetzt legt er den Bein an den 90 Grad Winkel. Jetzt ist ganz wichtig. Der unteren Rücken ist fixiert. Er ist abgelegt auf der Matte. Stefan nimmt eine Hand in die Hand. Gut. Die Arme streckt er. Sie sind aber nicht durchgestreckt, sondern gebeugt. Die Ellbögen schauen zum Kniegelenk. Stefan ausatmet und führt ganz langsam die Arme über den Kopf. Er kommt langsam wieder hoch bis in die Mitte. Ausatmen und legt ihn langsam wieder über den Kopf ab. Diese Übung spürt Stefan im oberen Rücken. Stefan macht 25 Wiederholungen. Dann macht er eine Pause und dann macht er nochmals zwei Serien. Geht Stefan? Mhm. Sehr schön. Das wäre es gewesen für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind in einer Woche. Wenn es heisst Paul mit Beatrice.